Projekte zu sich, auch was Neues zu lernen, neue Technologien zu lernen. Da schreibe ich hier mal Ausbildung hin. Das Zweite, was mir eigentlich immer einfällt, ist so das Thema Lernen. Also ich kann bei der VAD so viel lernen, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Bis zum nächsten Mal.